Willkommen liebe Freunde zu einer neuen Runde World of Warplanes, nicht Warships, Warplanes. Los geht's! Zeigt mir was ihr könnt! Kommt schon Bitches, ich will euch! Ich werde von der Flugabwehr beschossen, deck mich! Ich beschieße jetzt eure Flugabwehr. Einer von uns? Ne, einer der Gegner sind beschützt, sehr gut. Ah, da sind noch ein paar Leute von lieblich. Er ist wesentlich schneller, das ist das Problem. Wieso Strömungsabrisse? Ich hab doch schon Fuß auf dem Gas. Sehr gut, Garnision erobert. Holen wir uns direkt die nächste! Der Motor ist überhetzt, das ist nicht gut. Wir brauchen mehr Schiffe, äh, mehr Flugzeuge. Schnell! Abgestürzt, sehr gut. Der wird den Kampf gegen mich nicht überleben. Sehr schön. Gegner am Heck. Na, dann wollen wir das doch mal schnell ändern. Äh, shit. Wir haben zwei Garnisionen, das ist schon mal sehr gut für uns. Vorsicht! Der Gegner zieht große Truppen nahe dem Flugplatz zusammen. Ich überlege gerade, holen wir uns noch die dritte Garnision. Er kommt. Würde ich sagen, ne? Oh, da kommen sie. Lass die Hölle losbrechen! Lass die Hölle losbrechen! Guter Junge. Verteiligen wir die andere Garnisionen mit. Weil ich gehe mit in die Offensive doch. Ja, vielleicht doch noch nicht. Danke. Kommen die da oben mit dem klar oder... Na, ich helfe lieber mal. Sturmfront zieht auf, das ist nicht gut. Beschützt diese Garnisionen! Ach, leck mich. Wir fliegen in die Flugabwehr. Noch bin ich hier, noch habt ihr diese Garnisionen nicht. Das war der Flügel. Hochziehen! 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 Halten Sie durch! Sie werden in Kürze keine Unterstützung mehr haben. Ich wiederhole, Unterstützung bald unmöglich. Das wird haarig. Wir müssen schnell zur Garnisionen. Um sie zu beschützen. Das ist dieses Spiel verloren. Zum Glück haben wir vollen Boost. Und ich hab' noch den hier. Ja, schöne Scheiße. Okay, direkter Anflug. Wo ist der hin? Der ist vom Radar verschwunden. Oh, der ist ins Gebäude gekommen. Ja, gut. Verteidigen wir die andere Garnision da hinten. Wobei, vier Flugzeuge sollten es eigentlich schaffen. Ich helfe hier noch abschließend bei der Verteidigung mit und dann gehen wir rüber in den Angriff. Das ist, glaube ich, das Schlauste. Ich hätte der Flugabwehr vertrauen sollen, aber gut. Holen wir die letzte Garnision! Aber bevor, verteidigen wir die hier. In die Truppen des Feindes. Hallöchen! Ihr wollt doch wohl nicht unsere hübsche Garnision zerstören, oder? Komm zu Papa! Motoren reaktivieren! Ich muss jetzt auf die Flugabwehr vertrauen. Hat geklappt. Gut. Wir gehen mit auf die letzte Garnision. Sie haben kaum noch Verstärkungstruck. Beenden wir die Sache! Wie viel habe ich? Ey, ich habe den zweiten Rang für meinen Defensive Play bekommen. Wie cool! Endlich mal wird auch mal eine Defense gewürdigt. Halleluja! Gute Arbeit! Wir erwarten auf Ihre Rückkehr! Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Bin ich mit zufrieden. Bin ich definitiv mit zufrieden. Zwei Sektoren erobert. Plus unzählige Defensive. Den Bericht bitte. Wenn ich bitten darf, der Bericht bitte. Den Abschlussbericht. Dankeschön. Luftziele zerstört. Fünf Sektoren erobert. Oberungspunkte. Hilfe bei Zerstörung. Kritischer Schaden. Also wir haben Flügel, Heck, Feuer, Motor, Flügel. Schlachtflugzeuge. Genau das, was wir haben. Zwei Garnisionen erobert. Joa. Team Erfolg kann sich sehen lassen. Kann sich sehen lassen. Ich bin mit dem Abschlussbericht zufrieden. Gut. Das war's für heute. Defensive funktioniert in World of Warplanes also auch. Das freut mich, da ich jemand bin, der gerne auch mal so ein defensiveres, taktisches Spiel wählt. Ja. Ansonsten, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. little load. Untertitelung des ZDF, 2020